Menschen dieser Welt Menschen dieser Welt Wir vergeben nicht Wir vergessen nicht Wir sind viel Um das klar zu stellen Anonymous war nicht verantwortlich für das Playstation Network Fiesco GEMON Wir haben Julian Asange und andere Mitglieder von Wikileaks verteidigt als sie für das Veröffentlichen von Informationen verfolgt wurden die Beweise lieferten für die Korruption in unserer Regierung und unserem Militär Wir gaben den Ägyptern das Internet zurück als die ägyptische Regierung dem Volk die Stimme in die Welt nehmen wollte Wir haben unzählige Menschen unterstützt und verteidigt in ihrem Streben nach Freiheit und nun werden wir dies auch auf große Maßstab fortsetzen Es ist an der Zeit den menschlichen Geist zu erneuern Ich gehe nochmal auf das vorherige Video ein um alle Missverständnisse zu beseitigen Wir rufen alle Cyberkrieger auf sich uns anzuschließen während wir den Spieß gegen die Unterdrücker drehen In diesem Moment werden Vorkehrungen getroffen die Stimme des Internets zu zensieren Das Internet ist die letzte Bastion von wahrer Freiheit für die Menschheit Wir haben begonnen uns auszutauschen ganz egal wo wir sind auf diesem Planeten Das ist besorgniserregend für diejenigen die uns kontrollieren wollen Sie wollen uns ruhig stellen und das Internet ist unsere letzte Chance Diejenigen die die Freiheit einschränken wollen, die schuldig sind des Verrates an den Menschen, werden nach der digitalen Vormacht streben Alle die gegen den Willen der Menschen und die Freiheit stehen, werden zum Ziel von Cyberangriffen werden, wie sie die Welt noch nicht gesehen hat Es ist die Pflicht aller Menschen auch weiterhin für ihre Freiheit zu kämpfen mit allen nötigen Mitteln Es ist an der Zeit diese Nachricht an alle eure Freunde und Bekannten zu verbreiten Der Protest muss häufiger werden und ein Stärke und zahlen zu nehmen Friede ist unsere Priorität, aber wir werden entschlossenen Widerstand leisten Unsere Stimme und unser Ziel sind unsere Waffen Selbstschutz unser Angriff Protestiert, macht Flyer, Kunst, Musik Schreibt, macht Videos Schreibt es auf die Wände in Lederstadt Banksy, das meinte ich, mein Freund Die Zeit für neue Taktiken hat begonnen Der Widerstand ist hier Während die Unterdrücker diese Stimmen zum Schweigen bringen wollen, sind die Wächter der Freiheit da um den Spieß auf der digitalen Landkarte umzudrehen Durch diesen Widerstand werden wir stärker werden, während unsere Freunde uns in der digitalen Welt verteidigen Wir sind vereint Wir sind viel, wir sind der Widerstand Wir sind viel, wir sind der Widerstand Wir sind viel, wir sind der Widerstand